Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ihnen einen kleinen Eindruck davon verschaffen können, was wir in unserer Hundeschule mit den Hunden machen und wie wir die eben auch im selben Alter schon fördern und auch das spätere Leben vorbereiten. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Dr. Sandra Bruns, ich habe eine Hundeschule und eine Praxis für Hundeverhaltenstherapie, das heißt ich beziehe und habe mich spezialisiert auf Verhaltensprobleme beim Hund, auch bei der Katze, aber vorwiegend beim Hund. Und werde unter... Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020